Nun sagt mir doch einmal, Herr Schmoll, warum ihr so zornig seid. Ja, es hat doch wirklich keinen Sinn, immer wieder von den alten Kriegsgeschichten anzufangen. Ich will aber immer wieder damit anfangen. Beruhigt euch doch endlich, lieber Herr Schmoll. Ich will mich aber nicht beruhigen, lieber Herr Bast. Man sollte es nicht für möglich halten, dass zwei alte Männer um nichts und wieder nichts herumzanken. Alte Männer? Alte Männer, hat sie gesagt. Naja, ganz jung sind wir zwar nicht mehr, aber dafür habe ich als Bankier ein nettes Sümmchen nach unserer Flucht aus Frankreich gerettet. Wovon hätte ich sonst dieses hübsche Schlösschen kaufen sollen? Hübsch ist es ja, aber trostlos einsam. Hier wird uns auch mein Vater nicht finden, den ich in den Wirren der Revolution verloren habe. Wozu brauchst du einen Vater? Aber Onkel Peter! Ich bin doch für dich da. Und jetzt sei still. Sie hat ganz recht. Ein bisschen Gesellschaft täte ihr gut. Wie gerne würde ich meinen Vater wiedersehen. Schweigt alle beiden! Ich bin der Herr Ebaus! Ich bin der Herr Ebaus! Ich bin der Herr Ebaus!